So, Hallöchen, Herzlich Willkommen zurück, Sniper LC3, so mal gucken, da hinten ist wieder einer, aber es sind wieder mehrere, da muss ich die eigentlich umgehen. Ich hoffe, die sehen mich hier nicht. Ich wurde irgendwie gesehen, wa? Okay, scheiße. Was? 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 Ich bin hier lang. Wo ist denn der Sniperpunkt? Hier, hä? Aber ich sehe nicht wo, also genau. Keine Ahnung. Führe stets ausreichende Mengen, ah, Anerkennung zum Überleben, Nahrung. Führe stets ausreichende Mengen an Wasser und Lebensolideration mit. Für den Fall, dass dir die Nahrung ausgeht, wirst du in der Wüste kaum entsprechende Nahrungsquellen finden. Wasser ist jedoch noch wichtiger. Du kannst mehrere Tage ohne Nahrungsaufnahme überleben. Halte Ausschau nach dem Wüstenkürbis einer Schlinkpflanze, die sich über den Boden erstreckt. Ihre Sprosse, eigentlich ihre Sprossen sind reich an Feuchtigkeit und ihre Früchte füllen den Magen, falls Nahrung und Wasser nicht zur Verfügung stehen. Ich wurde befördert. Zum Tode oder was? Wurde befördert. Von wo schießen die denn? Ich sehe das nicht so genau. Hä? Er ist in der Nähe. Ich sehe ihn! Da ist er! Ach, scheiße, aber... Was ist denn hier los, Mann? Wo ist der scheiß Scharfschütze, Mann? Ich sehe das halt nicht. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Ja, von wo? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Und hier müssen sie gesessen haben. Wachsam bleiben. Er ist hier irgendwo. Ja, geil. Bleib in Deckung. Er muss ganz in der Nähe sein. Feuer! Ausbecken! Ich will diesen schützen! Ach man, wie soll ich denn sich denn ausweichen machen? Mann, wie soll ich das denn machen, ey? Ja, ich will diesen Schützchen. Die Schützchen. Ist absurd. Ich bin so. Das ist ein Anzieher. Ausbecken! Himmels. Ausbecken! 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 Was ist er? Ausbecken! Ausbecken! Ist der wenigstens weg. Hier wird hier entdeckt, also hier kann ich Upload sein. Er ist hier irgendwo. Wach da bleiben! Verwego! 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 Hier ist im Moment, glaube ich, keiner. Der hängt, ne? Ach, ich muss da hinten hin? Ich muss ja sowieso hier vorbei. Wie komm ich denn da hin? Ich bin da hinten hin. Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme. Ich bin da hinten hin. 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 Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich bin mir gar nicht schon bei dir. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich da hinkomme. Ich bin mir gar nicht. Ich bin mir gar nicht. Das sind die Leute. Das sind die Leute. Aber ich seh nix, wenn hier alle onkommen, man. Soweit. 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 Oh, ich sollte... Oh, ich sollte mich nicht mehr auf dem Weg gehen. Oh, ich sollte mich nicht mehr auf dem Weg gehen. Ich treffe heute echt besser. Ja, jetzt sind wir in jedem Moment nicht mehr so sneaky, aber, oh nein, ich kann doch nicht auf alles achten. Da oben. Ich habe ihn nicht getroffen. Okay. Ich fühle ihn ganz schlecht. Ich nehme ihn. Nehmen wir nochmal den. Dann muss ich aber wechseln auf den. Nachladen. Nachladen. Auch nachladen. Speicher. 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 Ich will mal was anderes tun. Ich will nicht hier überhaupt mal richtig kommen. Ich will mich da hinten endlich mal hin. Ich habe hier was Schönes drin. Aber wie komme ich da hin? Ich werde ihn erst mal da. Ich werde ihn erst mal da. Ich werde ihn erst mal. Ich werde ihn erst mal. Ich bin hier. Die haben wir da weg. Alle weg. Wuro? Wollte der Wasserfaust schießen? Komm ich ja auch nicht lang. Habe ich keine Panzerfaust? Nein, habe ich natürlich nicht. Wie komme ich da hin? Ich weiß es leider nicht. Muss ich hier irgendwie so weitergehen oder so? Dann komme ich vielleicht da hinten hin, ich weiß es nicht. Ich erledige einfach alles, was es hier so gibt. Die erste Mission dauert noch eine Folge. Dann zwei Folgen für die nächste Mission. Und diese hier? Ich weiß es nicht. Ich fürchte... Vier. Wird ja immer mehr. Immer das Doppelte. Was? Die ist ja wieder hier. Hä? Das verstehe ich nicht, wie ich da hinkomme. Dadurch... Versuche ich das mal. Weil ich da nicht schon war. Ich muss ja mal hier gucken, ob hier noch irgendwas los ist. Es läuft ja nicht so schlecht, aber die Wegfindung... Naja... Und es dauert halt alles. Es dauert sehr, sehr lange die Mission. Also... Anmerkung zum Überleben. Feindliche Scharfschützen. Achte beim Durchqueren von Gegenden, die vom Gegner gehalten werden, auf Scharfschützen in erhöhter Positionen, die sich unter Umständen gut getan an sorgfältigen Aussichtspunkten befinden können. Habe ich gemerkt. Mit Hilfe deines Fernglases kannst du aus sicherer Positionen alles auskundschaften. Zumut verraten sich Scharfschützen auch anhand der Reflexion ihrer Zielfernrohr. Obwohl es dann meist zu spät ist. Äh... Achja, ich habe noch ein Fernrohr. Äh... Wie rüst ich das nochmal aus mit B, ne? Weh, ich kann damit was markieren, ne? Also dann, äh... Kotz dich im Strahlen. Ich hatte mir oft geholfen, ne? Äh... Wo muss ich denn hin? Wie komme ich denn da hin? Ich weiß es nicht. Das sieht man hier auch nicht so richtig, wo man hin muss. Kann auch nichts markieren oder so. Hä? Ja... Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme halt. Die sind ja beide auf der anderen Seite. Oder so. Wie seht ihr euch? Was ist das? Wachsam bleiben. Er ist hier irgendwo. Ich habe ihn im Visier. Zumindest sieht man mit dem Fernglas mehr oder mehr Ziele und so. Meine Güte, warum steppst du denn nicht? So viele. Ja, ach. Wie lange soll das denn hier alles dauern? Ich verstehe es einfach nicht.